Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lies of P und wir erkunden jetzt dieses komische Geräusch. Ich freue mich jetzt schon nicht drauf. Was ist das? Nein, 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 ich will noch einen. Alter. Alter. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, aber es ist creepy. Äh, falsch Richtung. Mein Ergo. Ich habe auch nichts mehr, was ich sonst noch nehmen könnte zum Werfen, ne? Jetzt sag ich mir, dass das jetzt oben ist. Äh. 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 Die ist verdammt schnell. Es sind da noch zwei, ja geil. Ich will mich verarschen. Hey. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mistviech. Ja, schon wieder zwei davon. Geil. Das wird doch nix. Das wird im Leben nix. Ich will meine Punkte stappen und nochmal versuchen abzuhauen. Geht das? Also ich will jetzt nur abhauen, damit ich farmen kann. Beziehungsweise damit ich die ausgeben kann, um mehr Stärke zu haben. Das muss ich jetzt mal nach... Tschüss. Einfach jetzt, um zu gucken, dass ich jetzt hier nochmal ein bisschen was aufwerte. Ich glaube, das bringt sonst nix. Auf jeden Fall Angriff. Definitiv. Aber noch ein bisschen was hier. Kann ich das da eigentlich bei ihr einsetzen? Weiß es nicht. Sollte für zweimal reichen. Ich hoffe es zumindest. Stimmt, wir haben ja noch die Truhe. Die können wir auch noch abgeben. Das ist nur kuchen. Wo. Das ist mir wie bei Polcinella. Auf dem Haus von Annini ist sogar nichts wertvolles. Hm. Da war es diesmal nicht. Gibt tschö. Okay, was haben wir denn da? Ja, nichts interessantes eigentlich. Aber ich könnte das hier mir nochmal erholen. Aber erstmal. Solle. Einmal. Doch. Heute hilft es ja. Ich weiß es nicht. No matter what, Serving welcome. Die Dinge nutze ich gar nicht. Beziehungsweise ich habe nicht kapiert, wie man sie nutzt. Da habe ich ja außerdem mein Zeug mal verkauft gehabt. Das hat mich so geärgert. Das hat mich so geärgert. No matter what, Serving welcome. Ich weiß nicht, ob ich das hier brauche nochmal. Müsste ich mir nachgucken eigentlich. Aber das können wir nochmal holen. Ich meine, so ein Ding kann ja nie schaden. Und eventuell wird es uns helfen. Sorry, ich will ja zu viel Zeit verplemper. Nein, nein, nein. Was haben wir da? Red Slots. Das wollte ich eventuell. Was haben wir hier? Das klingt nicht schlecht. Haben wir da nochmal? Nö. Das war eigentlich auch cool. Aber ich glaube, ich nehme das hier lieber. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme lieber das hier. Dann wollen wir nach hinten. Entschuldigung. Wollte nicht so reden, aber ich wollte gerade nicht wieder stehen. Ist das richtig, klar? Ich denke mal ja. Mal an der Strecken. Ja, ich bin hier richtig. Aber wenn ich 50.000 Mal drehen muss, wo ich langlaufen muss. Trainieren oder? Ach komm, wir versuchen es doch einmal. Wenn es dann nicht klappt, dann wisst ihr Bescheid. Dann wird es verschnellert. Für euch ist es eigentlich gar nicht schneller. In dem Moment ist es ziemlich gleich lang. Also länger sogar. Und für euch wird es geschnitten, damit es halt passend ist. Damit ihr halt nicht ständig das gleiche sehen müsst. Also... Ich, äh... Sozusagen den frustrierenden, langweiligen Teil dann wegschneiden. Das ist nicht so ein... ...und das ist ein... ...und das ist ein... Was ist das? Ich will mich heilen, du Saugesicht. Was ist das? 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 Okay? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?